der Verwünschen nicht sterben und so er gehört hast du irgendwelche er hat leider keine die Lebensstelle er darf ein Fläschchen benutzen Mia benutzt Tau auf Ivan oder auch nicht weil Angriff und so Wächter im Moment ziemlich gut finde ich das weil er dadurch nicht angreift so Synergie Phoenix auf Mia und äh Fläschchen auf dich Entfernung und Gerd stirbt Oh Oh my god Und Isaac ist schon wieder fast tot Scheiße 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 Äh Isaac benutzt Phoenix Gott sei Dank haben wir den noch und Mia benutzt ähm Mia macht folgendes Isaac macht ja Isaac macht für nichts auf Gerät während Mia Sprudel auf Eis macht fast Prisma ähm mir einen Schaden an aber es stirbt keiner das ist gut so Gerät lebt so und damit hätten wir es eigentlich fast erledigt so ähm Stratum verbindet sich mit Isaac nur verbindet sich mit Gerät und Geysir mit Mia so Stratum währenddessen kann Gerät mal äh äh ähm mit einem Fläschchen äh Isaac heilen oder Mia heilen oder Isaac heilen oder Mia heilen Mia heilen äh ähm Mia benutzt Tau auf die Bahn damit dieser überlebt Tau aber es wirkt nicht auf die Bahn äh fast Prisma Isaac ist tot und Gerät und Mia das sieht nicht gut aus Flamme wir wollen nicht sterben ja hat Mia noch einen Mia kann nur verbinden ja und Gerät greift nicht an aufgrund von äh seinem Flug glaub ich ja aufgrund von dem Fluch und Gerät benutzt Flamme ähm und mir ist jetzt das Tau auf Isaac ein so Flamme funktioniert dürfte jetzt weniger Schaden machen ja beide haben überlebt und Isaac wurde wieder überlebt ja und Totobard macht wieder Wächter was ich gut finde so ähm und wir machen Phoenix auf Ivan und du machst äh Fläschchen oder ja Fläschchen nein du benutzt einen Gin und zwar benutzt du Corona um die Verteidigung zu steigen um die Verteidigung zu steigen und du castest uns Quelle ein weiteres Frost grüß mal Mia ist wieder tot wieder mal so so wenigstens lebt Ivan wieder Corona und Magimantel Sturm verbündet sich so wir dürften wieder alle verbunden sein Quarz oder Hellwasser ja es sei ja phoenix ja segern ok dann machst du äh Loa und Ivan du benutzt dein Eis Lebenswasser auf mir so damit lebt auch sie wieder und Segnung aus Geräts sonst sind wir wieder alle am Leben Vater Barth nimmt Schaden Carstens Aufteil das ist schlecht we so du Carstens äh Ranit oder nein er hält sich selbst genommen äh Fieber Blut Fieber Blut macht wenig Sinn ähm Sturm wenn man bei diesem Scalp Synergy mehr casten kann und Mia heilt so Synergy wurde fast siegelt und oh mein Gott Ivan ist wie wieder fast rot Quelle hoffentlich überlebt Ivan der nächsten Angriff und ja ja ähm Isaac benutzt Granit ja und Gerrit beschwört Fakkel Fakkel oder Fieber Fieber Fakkel Fakkel ja und wir nutzen Mia dann auf Isaac und Mia darf ein weiteres Wunschgebet beten so dass wir auch so dass wir auch auf keinen Fall sterben so und Tadaban greift an und wir sind wieder voll Gerrit greift wieder nicht an es nervt schon langsam mal aber ich glaube im Original Commentary habe ich das gar nicht angesprochen das er gar nicht angegriffen hat vielleicht haben wir es gar nicht bemerkt finde ich witzig cast ähm und äh nein wir dazu doch Knosper oder achso genau das ist der zweite Angriff und mit dem zweiten machen wir gleich Knosper oder mein Kiso genau ähm Gerrit benutzt äh Fakkel Fakkel ja Fakkel genau und Ivan benutzt Ö und Mia Heilsleiter Mia unsere Heilerin Basilisk so cast und Wunschquelle so K.P. wieder voll und Fakkel ich dürfte mal einen schönen Schaden machen man nimmt 39 Schaden ja war nicht viel war noch nicht wenig so Kiesel ich helfe den Schaden und ja Gericht Meteor ähm und du machst Mistral ja ja und Mia heilt wieder Talabat bewirkt wieder Rechter Mistral 3 Schaden nicht viel wenigstens sind wir wieder voll und Reiser beschwert gericht 992 Schaden das ist nicht wenig Meteor ja 730 Schaden 730 Schaden Funkenlegen eine schöne Psyllargie so Knospin Knospin ja und Gerät macht äh Fieber oder dein Blut und C4 um schneller zu werden und Mia heilt wieder man macht man macht die Wahrheit nicht C4 sondern stirbt genau und Blut fp das ist nicht sehr viel und das war nicht zu viel Schaden Stratum und Flammen äh Stratum nein wir machen für die können nicht wir haben ja noch Quarz was machst du da Ferdi die du hättest Quarz verbinden sollen ja Gerät kraft normal an ok und nein genau ich benutze Strato was zur Hölle mach ich da und genau Strato und Gerät benutzt was 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 ich verstehe die Welt nicht mehr Stratum ja ähm und PIN so mehr Schaden reindrücken nur was ich schaden Basilisk so ah ich sehe nichts ah ja Screensaver 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 Isaac benutzt 100 Azubaran schiene Thönix wieder hin genau 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 Warten, in der ich normal anders mache. Garry benutzt Flamme und Nia benutzt... ...verblindet einen Gin. Todbarat bewirkt Aufprall. Oh, und Feuerdämon. Erstmal das Moramaster aufleuchtet. Und auch das Einzige Mal. Karst verbindet sich wieder. Für nichts gibt's wieder, das ist gut. Wir nehmen Ilan wieder. Nein, wir machen das gleich mit. Was soll denn jetzt aus tun? Tau, genau. Mia belebt Ilan mit Tau wieder. Während Isaac granitlos und uns zu schützt. Genau so war das. Genau. Genau. Tau. Ilan wird wiederbelebt. Genau. Lohe. Damit sind wieder... ...drei von vier... ...leuten auf. Feuerdämon. Ich hoffe, sie waren tot. Ilan ist verdammt nochmal fucking tot. Dann leben wir ihn halt wieder. Garrett benutzt... ...benutzt... ...benutzt... ...ääh... ...ääh... ...Corona. Und Mia... ...ääh... ...benutzt Nebel. Ja. Was ist schlecht denn jetzt den Garrett Ilan und Mia tut? ... Bis zum nächsten Mal.